Im September haben wir nicht angepackt. Bitteschön, der FC Bayern macht es möglich. Möchtest du noch mal zeichnen? Wie lange spielt ihr schon zusammen? Jetzt werden es zwei Jahre hinter mir. Habt ihr irgendwo schon als Vorgruppe mal gespielt? Ja, ich habe irgendwo gespielt. Jakuzniks haben wir gehabt, Labrass Banda haben wir beim Vorbein gespielt. Aha.